Ich habe noch einen Blick für uns! Sie können es einfach reingehen! Hey Mann! Was ist los mit dir? Jungs! Gottverdammt! Keine Eier! Geh nicht zu einem da hin! Oder was ist los? Ich muss sie selber gehen! Hey Silli! Mach mir keinen Zoghurt! Ich geh schon ein! Was bist du jetzt für eins? Der Martin! Als Member Plus von den Reifeisen kannst du so verdammt viel, dass auf einmal einfach das Gefühl du kennst alles! Also! Mach's wie der Martin!